Hallo Freunde, wir haben heute wieder einige hundert Geschirre aus der Schweiz bekommen und ganz gespannt war ich auf zwei Geschirre und zwar zwei Sonderanfertigungen, die wir gemacht haben für einen Kunden. Und zwar haben wir hier ein Support-Geschirr, das sollte bestickt werden, aber das Besondere hierbei ist, wir haben hier ein leuchtgrünes Mesh-Gewebe gewählt und die Bordüre, also die Einfassung ist in dunkelgrün und der Stick erfolgte auch in leuchtgrün und darunter befindet sich auch die Telefonnummer des Hundehalters, also ich finde es total geil, ist total schick geworden. Dann das andere für den Ben, auch ein Support-Geschirr, nicht für einen Hoverwart und zwar wollte der Kunde hier den Hauptgriff mit einem flachen Gummigriff versehen haben, damit er den Hund noch besser halten kann. Der Name des Hundes wurde auf dem hinteren Haltegriff aufgestickt und die Telefonnummer wurde unter den Griff gestickt. Also wirklich auch total stark, super. Und auch wirklich beide Geschirre haben wir auch mit dem Brustring versehen lassen, so wie ihr es eigentlich von uns kennt. Dann haben wir hier noch ein Autosicherheitsgeschirr, Support in Pink mit den sehr stabilen Cobra-Schnallen. Ja, also wenn ihr auch eine Sonderanfertigung haben wollt, ein richtig cooles Geschirr, sprecht uns an. Wir sind für alles offen und setzen eure coolen Ideen gemeinsam um.